So, da wären wir wieder. Heute möchte ich dir ganz gerne zeigen, wie du mit SESS bzw. SCSS, das ist ja nur die Syntax, dein eigenes Utility CSS generieren kannst. Also deine eigenen CSS-Klassen. Ähnlich wie bei Tailwind oder Bootstrap. Warum solltest du das machen? Nun, es gibt immer einen Grund. Wenn dir z.B. Bootstrap oder Tailwind oder andere CSS-Frameworks einfach zu groß sind, um sie zu benutzen, wenn du nur einzelne Sachen daraus brauchst oder wenn du eh dir deine eigenen Klassen machen willst und aber vom Prinzip her so verwenden willst, wie es bei Tailwind ist oder bei Bootstrap, dann kannst du dir mit SCSS oder SESS dir eigene Utility-Klassen automatisch generieren. Und wie man das Ganze macht, möchte ich dir in diesem Video zu zeigen. Ich habe den Visual Studio Code schon geöffnet und habe schon das Projekt hier offen, was ich im letzten SESS-Video gemacht habe, sich das Ganze via NPM einzurichten mit dem Node Package Manager. Wie man das macht, zeige ich dir in diesem Video. Ich verlinke es mal oben in der Infocord und in der Videobeschreibung. Falls du es noch nicht geschaut hast, schau dir das im Vorfeld mal an. Das ist die Grundlage, worauf wir heute aufbauen. Wir hatten da dieses Projekt eingerichtet, hier die Ordner angelegt, CSS, SCSS mit einer Main SCSS-Datei und hatten da diese kompiliert zu CSS. Und wir hatten da in der Packages-Datei zwei Skripte angelegt, die wir da benutzen. Einmal für ein Dev-Bild und einen produktiven Bild, wo wir diese Source-Map nicht verwenden und wo der CSS-Anteil komprimiert ist, wo dann alle Leerzeichen rausgenommen werden, das Ganze klein gehalten wird, wie möglich, die Datei, dass es nicht so groß ausfällt am Ende, dass da nicht so viel geladen werden muss. Das sind so die Hauptgründe. Und fangen wir doch am besten mal an. Was ich gerne machen würde, ist zum Beispiel, wie man sich automatisiert CSS-Klassen generieren kann bezüglich Spacing, also Padding- und Marging-Klassen zum Beispiel. Da möchte ich gerne noch zeigen, wie man sich zum Beispiel eine eigene Farbpalette sich aufstellen kann mit SCSS. Und vielleicht nochmal als drittes würde ich dir gerne zeigen, wie man sich ein einfaches Grid-System zusammenstellen kann, ähnlich wie das bei Bootstrap ist. So ein 12-Spalten-Krid-System. Man könnte auch 20 Spalten machen oder 30. Da bist du dann vollkommen frei, welche Werte du dann verwendest. Fangen wir doch am besten mal an. In SCSS können wir uns erstmal eine Variable anlegen, zum Beispiel Spacing-Property-Map nenne ich die mal. Und hier legen wir erstmal fest, nicht eckige Klammern, sondern runde Klammern, nicht eckige Klammern, bitte mich ärgern. So. Und hier legen wir fest, was wir überhaupt erst mal generieren wollen. Das ist so eine kleine Sammlung. Und zwar möchte ich hier Padding-Klassen anlegen. Ja. Ich gebe immer als Key den Namen an, wie ich die Klasse letztendlich benennen will. Ja. Und rechts daneben als Wert schreibe ich die CSS-Eigenschaft hin, welche ich dann verwenden will. Und das will ich dann in einer Art Schleife, will ich dann durchgehen und dann mit dieser Schleife automatisiert diese CSS-Klassen generieren. Ja. Das ist das, was ich jetzt vorhabe. Ja. Zumal als vorab. So. Und ich habe ja allgemein diese, diese, das Padding hier. Und dann habe ich ja die einzelnen Richtungen, die ich hier habe. Ja. Zum Beispiel Top. Ja. Das will ich schon noch verwenden. Und da will ich die Eigenschaft natürlich Padding Top haben. Ja. Das will ich. Und dann gibt es noch, ich mache das für alle Richtungen. Padding Right. Ja. Für die rechte Seite. So kann man sich das anlegen. Ja. Dann Padding Bottom für unten. So. Und wir haben noch Padding Left. So nenne ich das mal. Ja. Und wir haben natürlich auch noch, äh, äh, haben viele Frameworks auch, dass man angeben kann, x-Achse und y-Achse. Ja. Das wären dann zwei Werte. Ja. Das kann dann, kann ich dann auch hier so in diesen runden Klammern noch reinschreiben. Zusammengefasst. Ja. Padding Left und Padding Right. Ja. So. Und natürlich für die y-Achse haben wir das auch. Das kopiere ich mir dann mal hier. Ein bisschen Schreibfarbe bin ich ja auch. Ja. Padding Top. Padding Bottom. Wir fangen mal mit den Padding Klassen an. Ja. Und, äh, jetzt können wir noch festlegen, ja, welche Größen, ja, wir hier haben wollen. Ich nenne es mal Spacing Sizes. So. Spacing Property Maps, Spacing Sizes, ja. Und hier kann ich angeben, äh, die, die Abstände, die ich haben will. Ich nehme mal Pixelwerte, ja, also immer in 8er Schritten. 8 Pixel, 16 Pixel, 24, 32, 40, 48, 46. Ja, das sollte reichen, ja. So, jetzt haben wir das. Dann will ich noch eine Variable haben. Äh, Spacing. Ähm, Unit. Ja, wo ich angeben kann, äh, zum Beispiel Pixel oder EM, also die, die Einheit, die ich verwenden will, ja, dass wir das auch einstellen können. Und jetzt geht es an die Generierung der Klassen. So. Und was können wir jetzt hier machen? Wir können zum Beispiel erst mal, äh, mit einer Schleife diese Eigenschaft hier durchlaufen, ja, mit einer Each Schleife. Die macht, das macht man mit Add Each, ja. Und hier gibt man dann erst mal an, ähm, kann man den Key und den, das Value sich rausziehen, ja, aus diesem Spacing, aus dieser Spacing-Property-Map, äh, Variable, ja. Und, äh, das erste ist immer der Key, ja, das ist bei uns der Klassenname, deswegen benenne ich das jetzt so. Und das zweite ist das Value, ja. Und dazwischen schreibt man hier das mit In, ja. Also, man bekommt dann pro Durchlauf immer jeweils den Key und das, und das Value, ja. Und das macht man dann hier mit geschweiften Klammern, ja. Ähnlich wie bei, äh, äh, der ein oder anderen Programmiersprache bei Schleifen, ja. Das ist jetzt der Anweisungsblock. Und hier brauchen wir eigentlich schon wieder die nächste Schleife, ja, wo wir die Sizes durchlaufen hier. Weil ich möchte ja für jede Größe jetzt diese Klassen hier anlegen, ja. Ja, das wird dann ziemlich viel am Ende, ja. Ich nenne es mal Size in Spacing-Sizes. Ja, wieder hier runde, geschweifte Klammern. Und jetzt könnte man anfangen, hier diese Klasse, äh, sich, also diese Klasse zu definieren, ja. Also darf man diesen Punkt nicht vergessen, ja. Eine CSS-Klasse fängt dann mit diesem Punkt an. Und jetzt möchte ich hier diese, diese Bezeichnung hier, was hier in diesem Key drin steht, möchte ich jetzt hier so ausgeben. Das geht so aber nicht, ja. Sieht man schon, das ist ja ein Fehler in der, in der Syntax. Ja, das funktioniert so nicht. Und da müssen wir quasi, äh, sogenannte Interpolation benutzen. Und das machst du hier mit dieser, mit dieser Raute und, ähm, geschweiften Klammern, ja. Mit dieser Schreibweise kannst du Variablen mit Zeichenketten miteinander verknüpfen, verketten, ja. Und das kannst du dann hier so weitermachen, ja, hier hast du, ToolShot, will ich hier noch die Size mit, mit reinnehmen. So, da noch Size, ja. Und dann möchte ich hier im Anweisungsblock die eigentliche, äh, die eigentliche Eigenschaft reinschreiben, ja. Jetzt haben wir aber hier, äh, Fälle, wo wir zwei haben, nicht nur eine, ja. Und die können wir ebenfalls mit, äh, einer Schleife durchlaufen. Einmal Each, so. Und da haben wir hier das Value, ja, was wir durchlaufen können. Hier. Können wir schon mal das In schreiben. Und ich nenne es mal einfach Subvalue, ja. Bin ja nicht so gut in der Namensfindung manchmal. Und es geht auch der Fehler weg hier, weil hier war das ja zuvor unterstrichen. Da sollst du dich nicht beurren lassen. Das ist korrekt. Äh, der meckert dann rum, weil in dieser Klasse hier nichts drinsteht, ja. Die war jetzt bisher noch leer. Ja, jetzt haben wir was drinstehen. Und da meckert der auch nicht rum. Und hier können wir jetzt einfach reinschreiben, den Inhalt, ja. Das ist einmal das Subvalue, ja. Ja, das mache ich hier auch mal mit dieser, mit dieser Schreibweise hier, ja. Weil ich will das ja miteinander verketten hier mit diesem Doppelpunkt. Und dann will ich hier diese eigentliche, äh, Größe reinschreiben. Und dann, danach das SpacingUnit hier. SpacingUnit, so. Und Semikolon nicht vergessen. Speichern. Ja. Das sieht doch schon ganz nett aus. Testen wir mal, ob das funktioniert. Ja, wir können jetzt hier einer von diesen, äh, Scripts verwenden. Das hier. Da musst du dann auch im Terminal schreiben, npm run sass minus dev. Oder, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gezeigt hatte. Hier unten gibt es npm Scripts im Bereich. Ja, die kannst du hier, äh, auf- und zuklappen. Ja. Da kriegst du die Package-JSON-Datei angezeigt mit den Skripten, die da drin sind, ja. Ja, die du hier einfach via Knopfdruck ausführen kannst. Wenn der Bereich hier nicht angezeigt wird, hast du hier oben in Visual Studio Code beim Explorer diese drei, drei Punkte. Klickst du drauf. Hier kannst du das ein- und ausschalten. Hier npm Scripts. Hast du auch noch andere Bereiche. Ja, hier kannst du das einschalten, ja. Und dann kannst du das hier einfach hier mal starten. Zack. So. Und hier meckert rum. Assets, stss-nose-file-or-directory. Ach, stimmt. Ich habe hier vergessen, den Assets-Ordner anzulegen. Und da drin sind ja hier CSS und stss-Ordner. War ein kleiner Fehler unter Vorbereitung. Ja. Jetzt können wir das mal wieder zumachen hier. So. Und probieren wir es einfach nochmal. Jetzt klappt's. Also, man muss diese, wir können hier nochmal reinschauen. Ich habe bei diesen Skripts hier angegeben, dass der stss-Ordner und der css-Ordner im Verzeichnis Assets sich befinden. Den hatte ich nicht. Ja. Habe ich falsch vorbereitet hier. Und jetzt funktioniert's. Jetzt hat er hier, das kann ich nochmal zumachen. Jetzt hat er hier die CSS-Dateien angelegt. Und schauen wir uns mal die Main-CSS-Datei an. Sieht ganz gut aus. Die hat er hier ordentlich angelegt. Ja, so wie es aussieht. Super. Ja, die ganzen Klassen. Padding Top, Padding Wide. Fängt es dann wieder an. Immer von 0 bis 64 Pixel. Und hier unten für die y-Achse jeweils und für die x-Achse. Ja. So kann man sich mit ca. 28 Zeilen sss-Code über 270 Zeilen css-Code machen. Ja. So. Jetzt können wir ja noch die Margin-Klassen mit hinzufügen fix. Ja. Da kann ich mir das mal kopieren hier. Ja. Und hier dann nochmal alles umbenennen. M. 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 Ja. Und statt Padding könntest du jetzt hier, es gibt einen kleinen Tastenkürzel, Steuerung D, wo du die ganzen Paddings dir markieren kannst. Da kriegst du hier so multiple Cursor in Visual Studio Code. Und kannst hier mit einem Rutsch dann Margin schreiben. Ja. So kannst du dieses komfortabel ersetzen. So. Da haben wir die ganzen Margin-Klassen. Und jetzt führe ich das nochmal aus hier. Ja. Tut das nochmal kompilieren. Und jetzt müssten wir hier in der CSS-Klasse neben den Padding-Klassen auch die ganzen Margin-Klassen haben. Ja. So kannst du das einfach erweitern. Wenn du einmal dieses Schema hast, ja, worauf du aufbauen kannst, kannst du das wieder auch beliebig erweitern. Ja. Super. Machen wir wieder zu. Ja. Dass wir erstmal entspannt hier weitermachen können. So. Was haben wir noch? Wir haben zum Beispiel eine Color Map, die wir machen können. Ja. Legen wir uns mal an. Eine Color Map. So. Wo du hier deine Farben reinschreiben kannst. Ja. Ähnlich wie hier oben. Bei den Padding- und Margin-Klassen könnten wir das hier genauso machen. Ja. Zum Beispiel hier, äh, könnte man es Queen 100 nennen. Ja. Zum Beispiel. Also wo man diesen Grad angeben kann. Und dann gibst du hier, äh, via Hexa, Hexa-Code, äh, deine Farbe an. Ja. Das schreibe ich jetzt aber nicht per Hand. Ich habe das mal vorbereitet gehabt. Ja. Ich kopiere mir das mal. Mieren wir das aus der Vorlage raus bei mir. Und setze das hier rein. Ja. Und habe mir diese Werte schon mal rausgesucht. Äh, so könnte eine Farbpalette aussehen für Grün. Ja. Und das kann man dann hier auch beliebig erweitern. Zum Beispiel mit Blau oder mit Rot. Ja. Kannst du da Farben ergänzen. Jetzt haben wir diese, diese Farbpalette. Und jetzt, äh, könnte man das so ähnlich machen wie hier oben mit Each schleifen. Ja. Um diese Klassen zu generieren. Bei den Farben ist es ja aber so, du hast ja nicht nur, ähm, nicht nur eine Eigenschaft. Ja. Wie zum Beispiel Color. Farben kannst du auch als Background-Color verwenden, ne. Oder als Border-Color. Ja. Und da wäre es natürlich, ähm, eine schöne Sache hier, Mix-Ins zu verwenden. Also ein Mix-In anzulegen. Welches du, äh, quasi für beliebige CSS-Eigenschaften verwenden kannst. Ja. Und weil ich will ja am Ende, äh, nicht nur diese, diese Text-Farben haben, Color. Sondern auch Background-Color und zum Beispiel Border-Color, ja. Und da legen wir uns mal so ein Mix-In an. Mix-In. So. Und dem musst du natürlich einen Namen geben. Ich nenne es mal Color-Utilities. Ja. Und, äh, hier kannst du diesem Mix-In einen dynamischen Wert übergeben. Ja. Ja. Da kannst du diesen, dieser, eine Variable vergeben, äh, wie du das Ganze hier drinnen benennen willst, ja. In diesem Anweisungsblock. Und dieser Variable kannst du auch einen Standardwert vergeben, falls du etwas nicht übergeben hast oder übergeben willst, ja, standardmäßig. Und da kannst du dir zum Beispiel einen Standardwert setzen, Color, mache ich das hier mal, ja. Für die Text-Farbe. Das ist die CSS-Eigenschaft, die ich verwenden will. Und jetzt können wir wieder eine Each-Schleife verwenden, ja, wo wir diese Color-Map durchgehen. Und da will ich einmal den Namen als Key und diesen Hex-Wert als Wert mir auslesen aus dieser Variable hier, ja, die ich hier nehme. Und jetzt kann ich jetzt hier meine, ähm, CSS-Klassen definieren. So. Wie machen wir das am besten? Wir könnten jetzt hier schreiben, ähm, einmal den Namen hier, mit dieser String-Interpolation hier, ja, so, Name, der Key und mir fehlt natürlich der Punkt, ja, für die Klassenbezeichnung. So. Und jetzt möchte ich hier das Property nehmen. Und dahinter einfach den Hex-Wert. Ja. Könnte ich auch nochmal dieses, diese Schreibweise setzen, ja. So zum Beispiel. Und jetzt kann ich dieses Mix-In verwenden, ja, zum Beispiel für, für Text, ja. Und hier mit Add-Include kann ich jetzt dieses Mix-In verwenden. Kann ich das jetzt hier anwenden wie eine Funktion. Und könnt jetzt hier Color übergeben, habe ich aber als Standard-Wert drinne in dem Mix-In, also muss ich das jetzt hier nicht, ja. Und schauen wir mal, was er macht. Er hat irgendwas gemacht. Tun wir mal wieder öffnen, die Datei. Und schauen wir mal hier unten rein. So. Jetzt hat er hier das so verknüpft. Einmal diese Text-Klasse, CSS-Klasse und diese, diese Klasse. Das möchte ich aber so nicht haben. Ich möchte das so haben, dass das am Ende so aussieht. So, mit so einem Bindestrich hier. Also ich will das miteinander verknüpfen. Wie machen wir das, ja? Dass hier Text-Queen 100 steht, statt hier diese Schreibweise. Weil, ich will ja diese Klasse hier verwenden, ja. Wie machen wir das? Mach ich mal wieder zu. Speichere das nicht. Dann müssen wir hier das mit so einem, mit so einem kaufmännischen Un verknüpfen, ja. Diesen Punkt brauchen wir dann nicht. Und dann brauchen wir noch, äh, diesen, diesen, diesen Strich dazwischen, den wir hier schreiben wollen. Ich will ja Text, Bindestrich und dann den Namen, der hier drinne steht. Queen 100, 200 und so weiter, ja. Ja, schauen wir mal. Jetzt habe ich gespeichert. Jetzt hat er das nochmal kompiliert, ja. Und jetzt hat er es gemacht, ja. Hat er die Farbpalette von 1 bis 100 hier reingeschrieben. Super, ja. Und ich will das ja nicht nur für Textfarben haben, sondern auch für Background, ja. Kopiere ich mir das mal. Schreibe hier Background. Und als CSS Eigenschaft will ich hier Back, Ground, Color haben, ja. Und ich möchte mir auch noch für den Border das anlegen. Ja, kopiere ich mir das mal wieder hier, das. Und nehme hier die Border-Klasse, Border Color, ja. Speichere das. Jetzt hat er das wieder kompiliert. Schauen wir mal rein. Jetzt haben wir hier die ganzen Textfarben, die Hintergrundfarben, die Klassen, ja. Und Border haben wir auch, ja. Super. Du kannst dir das einfach so erweitern, ja. Ja. Und du kannst jetzt, was du jetzt noch machen musst, um jetzt weitere Farben hinzuzufügen, ist hier das einfach zu erweitern, ja. Zum Beispiel, ähm. Blau 500, ja. Du kannst dir hier auch, äh, Royal Blue schreiben, ja. Ja, das ist so eine Standardfarbe, die du nehmen kannst. Du musst ja nicht den Hexwert nehmen, kannst ja auch sowas nehmen. Und dann fügt er hier auch dieses, äh, dieses Blau mit hinzu. Für Background, für Border hier unten, und auch hier oben für die Textfarbe. Funktioniert. Einfach zu erweitern. Was willst du mehr? Jetzt mache ich das mal wieder zu hier. Was haben wir noch? Was können wir noch machen? Wir können uns ein einfaches Grid-System bauen, ja. Wie machen wir denn das? Wie bräuchst du denn da? Also ich möchte gerne so ein Grid-System haben, ähnlich wie bei Bootstrap, mit Breakpoints, ja. Da müsste man sich erstmal welche definieren. Break. Breakpoints, ja. Können wir so schreiben. Und was gibt es denn da? XS. Nicht XR. Ja, XS, ja, das wäre dann bei 0, würde das anfangen, ja. Das wäre die Mindestgröße. SM, ja, könnte man nehmen. 576 Pixel ist das, glaube ich, ja. Und da gibt es noch MD für Medium, ja. 768 Pixel, so. Dann gibt es noch Large, könnte man nehmen. Also ich mache das jetzt so ähnlich, wie das bei Bootstrap ist, ja. Den Breakpoint und vielleicht noch XL, ja. Das ist, glaube ich, hier so bei 1200 oder 1180 oder so. Ich weiß es jetzt nicht. Nehme jetzt einfach mal 1200. Das kannst du dir hier so einstellen, wie du möchtest. Du kannst es jetzt hier so benennen, wie du das möchtest, ja. Diese Bezeichnungen will ich dann auch für diese Klassennamen wieder verwenden, ja. Und dann möchte ich noch definieren, die Quit Steps, ja. Also wie viele Schritte, wie viele Spalten das Ganze haben soll maximal, ja. Zum Beispiel 12, ja, wenn wir uns daran halten wollen. Und Quit Unit. Dann nehmen wir mal Prozent, ja. Das musst du hier so in Anführungsstrichen schreiben, ja. Und was brauchen wir noch? Wir brauchen ja diese, diese Row-Klasse, ja. Die können wir uns noch anlegen, ja. Die existiert nur einmal, da brauchen wir keine Schleife, ja. Da sagen wir einfach mal, was schreibe ich denn hier? Ich will Display Flex verwenden, ja. Weil damit die Spalten, die sich in dieser Row befinden, auch nebeneinander angezeigt werden, ja. Da kannst du noch Flex Frap verwenden, ja. Dass das hier, wenn zum Beispiel mehr Elemente in dieser Zeile sind als 12, also mehr als 12 Elemente, dass das dann auf der zweiten Zeile dann weitergeht, ja. Deswegen Flex Frap. Und wir können hier noch definieren, die Breite soll hier immer 100% der verfügbaren Breite sein, ja. Dieses Row-Element kann sich ja auch in einem anderen Element befinden, ja. Dass dann immer diese, diese Zeile 100% von der verfügbaren Breite des Elementes einnimmt, ja. Und jetzt könnte man wie Schleife diese Klassen mal anlegen. Und neben der Each-Schleife, Each-Schleife hier, gibt es auch noch andere Typen, wie zum Beispiel die Vorschleife, ja. Wo ist denn da der Unterschied? Diese Each-Schleife geht da nur, durchläuft da nur so lange, wie Elemente hier vorhanden sind, ja. Und diese Vorschleife iteriert zu einem bestimmten Punkt, den du hier festlegen kannst, ja. Und der soll hier 12 sein, zum Beispiel, ja. Der soll hier 12 mal durchgehen für jede, dass der von 1 bis 12 die Klassen anlegt, ja. Diese Column-Klassen, zum Beispiel. Und dann nehme ich hier $i, ja, wo dann der Wert drin steht, bei welchem Schritt ich mich gerade befinde. Und da sage ich hier, von was? Von 1. Da soll er anfangen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. To, ja, zum Beispiel to quit steps, wo die 12 drin steht. Da macht er aber nur von 1 bis 11. Also, der macht nur bis zur 12, nicht mit der 12, ja. Schreibt mal hier diesen Block schon mit dran. Oder du schreibst hier, dass der bis dahin durchgehen soll, ja. Also, der soll nicht nur bis zur 12 gehen, sondern diesen 12, diesen 12. Durchgang mitnehmen, ja. Musst du das so schreiben. Und hier legen wir uns so eine Column-Klasse an, ja. Und die benenne ich jetzt so mit diesem $i, ja. Dass ich da einfach die Zahl hinten dran schreibe. Und dann in der CSS-Klasse bräuchten wir jetzt Werte, da könnte man jetzt definieren, diesen Flexwert, ja. Wie sich das einzelne Element in dieser Roll sich ausdehnen soll. Dann nehme ich einfach mal hier diese Standardwerte 00 Auto. Das bedeutet, dass sich standardmäßig jedes Element gleich weit ausdehnen soll, ja. Okay, und jetzt kommen wir zu der Breite, ja. Hier müsste man jetzt was berechnen, ja. Wir müssen jetzt quasi immer nur ein Bruchteil, ja. Wenn das ja bei Schritt 1 ist, ist das ja nur ein Zwölftel der Gesamtbreite, ja. Das müsste man jetzt berechnen. Bei Schritt 2 wäre das, ne, dann die entsprechende Prozentzahl, welche das einnimmt. Also 2 Spalten, dann 3 Spalten und so weiter. Und du kannst auch in dieser Interpolation hier mit Calc, kennst du vielleicht schon von CSS, hier was berechnen, ja. Und zwar haben wir hier $i, ja. Das teilen wir durch die Gesamtzahl. Create Steps, das ist einfache Prozentrechnung. Und das machen wir mal 100, dann hast du den prozentualen Wert, ja. Und hier hinten dran hängen wir dann einfach nur noch die Grid Unit, ja, Prozent. So. Ich denke, das sieht ganz gut aus. Zumindest gibt es keinen Syntaxfehler, ja. Okay. Speichern wir mal. Tun wir mal ausführen. Zack. Und scrollen wir hier weiter runter, durch wo es kommt. Hier, Row-Klasse und hier Column 1, Column 2 mit den Prozentwerten. Ja, super. Column 3, das wären 25%, ja. Column 6 wären 50%, das passt, sieht gut aus. Column 12 100%. Was jetzt aber noch fehlt, sind die Breakpoints. Ich will das ja auch nur für jeden Breakpoint generieren, ja. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Dann brauchen wir eine Extraschleife hier, ja. Eine Each-Schleife, wo wir diese Breakpoints durchlaufen. Ich mache das hier mal wieder zu. Noch mehr sehen. Und hier vorne hätte ich gern den Key natürlich und den eigentlichen Breakpoint, wie schreibe ich das denn hier? Breakpoint, so, in Breakpoints. Ja, und hier möchte ich den Media Query angeben, Add Media. Ja, und da gibst du dir an, zum Beispiel mit MinWidth oder MaxWidth in dem Fall, ja, kannst du dir das aufbauen, ja, gibst du diese Breakpoints, definierst du diese Breakpoints, ja, und schreibst du dann diese Variable rein, Breakpoint, und innerhalb dieses Media Queries gibst du dann diese CSS-Klassen an. Ich hatte auch mal ein Video zu Breakpoints, äh, nicht zu Breakpoints, ich hatte auch mal ein Video zu Media Queries gemacht, äh, dazu verlinke ich mal in der Infocard das Video und in der Videobeschreibung, falls du da Näheres wissen willst. Es ist wichtig, die Reihenfolge zu beachten, ja, wenn du zum Beispiel von klein nach groß gehst mit den Breakpoints, musst du in dem Fall MinWidth verwenden, das ist dein Mobile First, ja, dieses, ne, und wenn du es aber andersrum machst, ja, von Desktop Breakpoint zu, äh, immer kleiner wirst, ja, in dieser Reihenfolge, müsstest du das mit MaxWidth machen, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Erkläre ich dir aber in meinem Media Query Video detaillierter, ja, schau da am besten nochmal rein. Und was wir hier machen müssen, ist eigentlich das Gleiche wie hier oben, deswegen kopiere ich mir das mal, ich nicht, ist nicht ganz sauber, ja, man könnte das hier Fleisch wieder mit einem Mixin machen oder so, dass man das nur einmal hat oder, oder anders, ja, ich mache es mir mal einfach und, äh, kopiere mir das einfach mal hier rein, weil das ist im Prinzip dasselbe, ja, führe das nochmal aus, das Ganze, so, und schauen wir mal hier rein. Und dann haben wir hier das, diese ganzen Kolumnklassen auch für die einzelnen Media Queries, so, aber die heißen ja hier, äh, genau gleich, habe ich was vergessen, ja, und zwar hier, wie das hier benannt wird, habe ich vergessen. Natürlich will ich hier, äh, den Key von dem Breakpoint mit dabei haben, ja, der muss ja in dem Name noch mit hier rein, so, das habe ich nämlich vergessen, nicht die eckige, die runde, äh, die geschweifte, der Key muss ja als Name noch mit rein, damit das Ganze so aussieht, ja, xs, und so weiter, ja. Ja, haben wir die xs-Klassen, hier haben wir die sm-Klassen, ja, die dann zählen ab, dann ab einer Mindestbreite von 576 Pixel, ja, die Medium-Klassen haben wir hier, Large, XL ab 1200 Pixel, ja, und schon hast du dir mit einfachen Mitteln, Mitteln, via scss, dir so ein Quid-System gebaut, ja, mit nur so wenig Zeilen, scss-Code, ja, was willst du mehr, ja, wenn du wirklich dir das individuell gestalten willst, ist hier scss wirklich sehr mächtig, damit kannst du automatisch, äh, dir css-Klassen generieren, ja, und kannst das hier, wenn du das zum Beispiel so machst, hier mit diesen Breakpoints, die kannst du hier einfach, äh, abändern, du kannst dir weitere hinzufügen, ja, oder hier mit den Farben kannst du dir diese Farbpaletten erweitern, falls dir die Farben bei Bootstrap, äh, dir nicht ausreichen, oder bei Tailwind, ja, dann kannst du dir das Ganze hier dir selber dir erstellen, ja, mit deinen eigenen Werten, ja, mach's mal, versuch's mal, ich werde mal dieses Projekt, äh, im, auf meinem GitHub-Account zur Verfügung stellen, dass du es selbst mal testen kannst, ich verlinke es unten in der Videobeschreibung, tja, wenn dir das Video gefallen hat, gib mir doch einen Daumen nach oben, ansonsten kann ich das nächste Video empfehlen, schau's dir unbedingt mal an, bis gleich.